Alles klar, was haben wir? Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Bodenangriff, zwei Städte. ITC spielt War Thunder. Yeah. Wir haben Bodenziele, sehe ich das richtig? Yes. Auf in den Bomben. Alles klar, wir bomben, dann nehme ich die Mitchell mit. Was haben wir hier? Wenn es Bodenziele sind, dann... Acht mal das. Oder wie wäre es damit? Alles klar. Dreimal 1000 Pfund in die Schlacht. Wenn die trifft, dann richtig. Pascal, bin 900 Meter hinter dir. Sag, wohin? Es ist gedrosselt, du müsstest näher kommen. Ja, so viel näher wollte ich eigentlich gar nicht. Kuschelkurs. Wie Kuschelkurs? Sehr schön. Mich? Geil. Lutz, wir sind anderthalb Kilometer über dir. Okay. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. So. Da vorne koste ich so eigentlich, Bruder. Damit du aufholst. Ja, ist kein Problem. Hast du mir. Alles klar. Gut, und Gas. So. Ja, Autopilot, ich gucke mich mit dem Reagunner am Ambusion um. Das tolle ist, der schießt auch nach unten. Wie kann man eigentlich die Kamera nochmal schwenken? Äh. Die Kamera? Sie gedrückt halt. Schau. Sie, was? Achso. Sie gedrückt halt. Ah. Benutzt bloß nicht das Unrecht. Wow, 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 wow. Wow. Irgendwas hat mir das Heck abgeschossen. Das ist schlecht. Ohne Heck? Das ist nicht so schlecht. Egal, ich war da aber auch nicht. Ja, guck mal, Pascal, da kommt so ein Reagunner mit uns zu. Siehst du den? The Otter One. Ich hab gerade ein kleines Zielproblem. Mein Flugzeug besteht jetzt quasi nur noch aus, ähm, einem Rumpf. Cool. Wir weg. 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 So, ich bin fast über der Base. Die kriegen jetzt eineinhalb Tonnen TNT auf die Rübe. Pascal? Alles klar, ich seh dich sogar. Und gib ihm. Bombs away, bitches. Ich bin fast leer. Ich hab schon alles raus. Da kommt mir einer entgegen. Vielleicht krieg ich den ja noch ein bisschen bearbeitet. Ach, ich bin doch doof. Die Mitchell hat doch auch so Front geschützt. Guck mal her, buzi, 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 buzi. Wo ist sein Papa? All right. Ich nehm mir die nächste Base vor. Okay, Moment. Ich hab da ein Problem. Vorsicht, Lutz, ich komme in deine Richtung. Okay. Und legt das lieber an, ja. Au, aua, ich hab irgendwas verloren. Oh, ich hab noch was verloren. Egal, mein Rear Gunner macht das schon. Alter, die gucken mir an sich, der wird ja mir schlecht. Ist doch voll geil. Alter, wir haben sogar Schiffe. Geil. Endlich mal wieder Schiffe. Kannst du dir doch in die Torpeden nehmen. Die nehmen grad Bombe auseinander. Ja, äh, mein Rear Gunner hat gerade einfach so... Ach, wie, ich bin jetzt doch mit. Okay, Pilot ausgeschaltet. Hey. So. Ich hab ein Sprit-Lag. Das ist schlecht. Ein Pilot hat auch ein Sprit-Lag. Stützpunkt geschädigt. Ja, ich hab so ein paar Flags da unten. Panzerwagen, Leichterpanzer. Na komm, die Karre ist sowieso gleich im Arsch. Banz. Du bist ja. Ich bin gesunken. Nicht schlecht. Komm, Alter, mit der fetten Karre hier einfach durch. Ist mir scheißegal. Respekt, Timo. Du stehst aber ziemlich weit oben auf der Liste. Ja. Wenn ich mal mit meinen Rang-2-Fliegern in der Rang-2-Schlacht teilnehme und nicht wie in der letzten Folge in Rang-1, dann geht das auch. Na, ich hab da wieder so ein paar Leute neben, um mich herum. Oh mein Gott. Aber weißt du was? Meine Bomben, die sind wieder aufgeladen. Ich krall, ich glaub mir jetzt noch so ein Schiff. Tu das, aber von rechts kommenden P-47 auf. Moment, 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 ich muss eben noch schreien. Alter, ich flink hier grad im Tieflucker rum, Alter. Viel Spaß, du Hurensohn. Oh, nein, er ist zerstört. Gib Gas, Timo, gib Gas. Und in die Kurve, in die Kurve, in die Kurve. Links rum, links rum. Ja, links. Der ist nach rechts weggedreht. Das andere links. Kacke. Tanzenlots. Verreckt doch alle. Schade. Oh, mein Gott, hier sind die ganze Fangemeinde hier. Und, wie sieht's aus? Och, Platz 3. Warum denn nicht? Ähm... Okay. Wie wär's denn, wenn wir jetzt... Hilfe! Alter, was rotzt denn da auf mich? Nee, doch, ja. Okay, alles klar. Und los, Avenger, gib ihm. Flugzeug, ausgebrannt. Die Schlampe kann auch... Ich weiß, die scheiß Schlampe kann auch, äh... Torpedos tragen, aber, äh... Ehrlich gesagt, die... Weiß ich nicht mehr, wie das geht. Er ist jetzt vielleicht grad einen Meter über mich geflogen. Wird wieder gesunken. Schade. Okay, ähm... Unsere Stützpunkte sehen ziemlich scheiße aus, Jungs. Mhm. Ja. Mhm. Sollten wir vielleicht... Auf in das Schloss. Da, 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 da. Oh. Ich nähere mich mal Niklas. Oh Gott. Nein! 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 Aussteigen, aussteigen! Das überlebt niemand, Tom. Das überlebt... Das überlebt er nicht, das überlebst du nicht, das überleben wir alle nicht. Das überlebt das Spiel nicht. Wisst ihr noch, was in der letzten Folge passiert ist? Als ihr euch genährt habt? Ich weiß, ihr habt euch lieb, aber... Nicht so lieb! Das ist das falsche Lieb. Geh endlich da, du Saue! Ich krieg dich! Pass bloß auf, Jungs, ey! Was macht ihr da? Ich fliege jetzt nicht schon wieder so, wie ich gerade eben gefrungen bin, Lutz, ne? Ja, okay. Und ich versuche gerade diesen Typ da zu erwischen. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Ist ja nicht so, dass der Himmel klein ist oder so. Welcher, irgendein Homo-Fürst hängt schon wieder hinter mir? Und den schnapp ich mir jetzt da. Angriff! Ah, komm, du Drecksviech! Runter! Gib Tempo! Bah, Junge! Was sitzt denn schon wieder drin, Junge? In der Avenger. Ich will diesen letzten... Ich will diesen zweiten Stützpunkt töten, Junge. Ich will diesen Typ, ich will diesen... Und Pilot ausgeschaltet. Wer hätte das gedacht? Hast du den überhaupt trainiert, irgendwie? Ja, klar. Bisschen? Ja. Dass er Kugelschüsse aushalten kann? Ja, ist so. Oh, scheiße, Alter! Ich hab hier ein Feuerwerk! Hui! Stellen sich das Niese an. Aber sonst stehst du auch mitten in der Scheiße. In der Scheiße, girl! Ich kann das, ich bin OP. Hui! Oh, ich hab da noch einen Russen hinter mir, Alter! Fuck, 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 fuck! Du Hurensohn, frisst grün! Das grün? Ja, ich taunte den jetzt noch. Deine Mama, Junge! Scheiße, Flügelabgerissen. Kann das sein, dass ich hier wie gerade lauter Gegner um mich herum hab? Alter, oh mein Gott. Wie, jetzt war ein paar. Ja, nur ein paar. Eins, zwei, drei, sechs, vier, sechs, sechs, sechs. Alter, ich ziehe aus fürn Sieb. Ey, kann doch nicht sein. Der zweite Stützpunkt ist immer noch nicht down. Alter, ich leb noch. Ich leb noch, Alter, ich leb noch. in die Schlacht. Das kann doch nicht wahr sein. Dieser Stützpunkt muss fallen. Rest in Peace. Die haben noch einen, der einfach volle Gesundheit hat. So, während der da rumballert, behalte ich Malik brennend im Blickfeld, wie er jetzt gerade über dem Meer abstürzt. Und währenddessen gehe ich mal aufs Klo. Ja, verpiss dich. Ich bin da auch ein bisschen abgesackt. Vierter Platz? Vierter Platz. Yo, zersiebt mir doch einfach mal den Tank. Braucht kein Mensch. Was sind das? 86 Minuten Leg oder was? Du Lappen, vergiss es, Alter. An dir bleib nicht dran jetzt. Ja, ich hab da so ein paar hinter mir. Oh, den ein oder anderen. Ach, wer braucht schon Flügel. Vergiss es, Bruder. Ich behalte dich im Blick. Scheiße. Komm, wix wenigstens die Bomben noch raus. Ach, Kacke. Das war wohl nix. Nee. Schade. Oh, wie schön. Haben wir gewonnen? Nein. Oh, wie sah der Gott. Es sah gut aus am Anfang. Was ne Mocke. Also ich muss ja sagen, diese Menümusik ist einfach episch. Ja, ich kann mich auch nicht satt hören davon. Die ist ganz nett, ja. Ja, das einzige, was mich stört, ist, dass auf YouTube Bomben auf Engel-Land gesperrt ist. Ich mein, sie haben es ja schon umgedichtet. Es war ja früher Bomben auf Engel-Land. Jetzt heißt es Bomben auf Engel-Land. Aber das war ja zu ähnlich. Ja, schön. Hat die Aufnahme noch laufen, oder? Die Aufnahme läuft noch. Können wir, können wir, können wir nicht. Können wir, können wir nicht. Ich bin bereit. I'm ready for this. Du, 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 du. Give me the beat, bitch. Okay, los. Oh, 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 oh. Das mag ich an dem Heavy-Fighter. Du steigst einfach ein und hörst einfach. Einst war dieses Land ein blühender Apfelgarten. Doch der Krieg hat auch... Zerstören die feindlichen Bodentruppen und los. Ich hab die Geschichte gelesen. Was ist los? Ein Apfelgarten gibt's hier. Bodentruppen oder was? Sieht so aus, aber die Karte lädt irgendwie nicht großartig. Gemischter Saft. Jetzt, ja, äh, Flughafen. Äh. Ja, wir fangen mal vorsichtig mit dem Jäger an. Soll ich... Ja gut. Ich nehm den Heavy-Fighter. Ich nehm ein neues Spielzeug. Moment. Stopp, bro. Oh, geil. Alles klar, Bruder. Die Lightning ist ja widerlich. Schwerer Jäger, sechs Raketen, Cannon vorne reingeschraubt. Oh, ich hab da ein Zäpfchen da unten. Wie werfe ich das denn ab? Ein Zäpfchen? Du meinst ne Bombe? Ja. Leertaste, du Hong. Könnten wir mal abwerfen. Und mit sowas fliegen wir. Oh, ich hab da was. Ist das mein... Ist das... Ach, das ist die... Das ist ein Lunch-Paket. So. Jungs, wo seid ihr denn? Soll ich dir mal zeigen, wo ich bin? Ups. Du bist ziemlich weit hinter mir, laut Karte. Die Rakete, die gerade an dir vorbeigeflogen ist, das bin ich. Okay. Da ist die Rakete. Ja. Kugelwilli. Ich bin die Rakete. Timo macht uns den Kugelwilli. Oh, ein bisschen mehr Tempo. Oh, ist der geil, der Flieger. Bisschen schwerfällig, aber... Holy shit. Ihr macht wieder Manöver hier. Wow, 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 wow. Macht da jemanden hinter mir? Ich dreh mal ab. Abschuss. Ich hab sehr gestrungen gesehen, wie Pascal den abgepackt hat. Oh, unser Panzerwagen. Ach, wie schön. Wisst ihr was? Ich leg ein Ei. Was macht Raketen denn mit Panzerwagen? Ich leg da mal... Die machen da einiges Tolles mit. Paz. Awesome. Ei unterwegs. Die Flak, die geht auch drauf. Niklas, geht er weg. Schade. Wow, 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 wow. Bäume. Hallo. Wuii. Okay. Wir suchen mal den... Ich hab ein Ei gelegt. Er hat schon noch gedreht. Hui. Das hab ich mir auch grad gedacht. Hui. Wuhuhuhuhu. Wolltet ihr schon mal ein Ei legen und habt aus Versehen auf... C gedrückt anstelle auf Leertaste. Ich leuchte da so ein bisschen. Egal. Timo, guck mal, ich brenne. Ich... C führt ganz gut gerade. So. Ich geh mit der Havoc rein. Wenn es Bodentruppen, die sie wollen, sind, die sie wollen, wollen sind, Dingsi. Egal. Töten alles. Ab in den Apfelgarten. Speak of here. Ey Junge, ich geb die Apfelgarten. Diese mittelschweren Panzer da vorne. Zwölf Raketen. Kannst du mir folgen? Ja, ich hinter dir. Ja, 700 Meter. Alles klar. So, mein Schätzchen. Flieg. Flieg und zieh. Ja, die Havoc ist... Ja, genau. Die Havoc ist böse, Bruder. Aber ich hab doch keine richtige Ahnung, wie man die Raketen so einschätzen sollt. Abflug! Ach, Raketensturzflug drauf und raus damit. Ich hab die Mutter Höcke drauf gemacht. Hochziehen, hochziehen. Oh, wie mir schwarz wird vor Augen. Yeah! Ähm... Die sind alle drüber gegangen. Scheiße! 17, 18, 19 gehen nicht gut. Uh! Aber es passt schon. Ich hab da jemanden. Er soll sich nicht so anstellen, der Pilot. Ne, es sind nur Flags. Okay, die sind dumm. Okay, okay, okay. Ähm... Bis meine Raketen nachgeladen sind, doch magisch datumweise. Nutzt da... Dein Freund da, der sieht toll aus. Wie ist der nicht abgestürzt? Äh... Doch, der ist gerade dabei, glaube ich. Aber... Ich bin so ein bisschen schwerfällig. Ich, äh... Cruise hier ganz einfach mal so durch die Gegend. Ganz, ganz gut. Mit Schild in der Luft. Ja... Pff... Du hast ein fliegender Puffer, Bruder. Schau mal ein! Treffer. Komm runter mit dir. Mein Reargunner ist besser im Schießen als ich. Ja gut, das ist doch trainiert. Ja, ich bin dabei. Yay! Ja, ich hab's am Rennen. Und Walter sind da viele gerade. Okay, meine Raketen sind reloaded. Einen hab ich. Das war nix. Abgestürzt. Oh, komm schon! Oh, 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 oh. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder los. Ich hab einen... Oh Gott, ich hab das Gefühl, da sind wir... Alter, wie viele sind denn hier gerade? Also, die haben auch funktioniert. Ohne Scheiß. Die Karre funktioniert einfach. Der MG ist leer. Nicht gut. Okay. Wir sollten aufhören, so nah zusammenzufliegen. Ja, wir sollten allgemein... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, Niklas hat gerade ziemlich ab, ne? Bisschen vielleicht. Nein, überhaupt nicht. Erster auf Rangliste, ne? Fünf Abschüsse, Bruder. Sechs. Kacke. Alter, hat das hier gerade ein Kreuzfeuer? Soll ich mal mit dem Jäger reinkommen? War einfach in die Gegnermenge rein. Ich nehm die P400. Schauen wir mal, wer... Verarschen, Alter. Geh jetzt endlich down, du dämlich, ihr kleiner Doppeldecker. So, Jungs. Bis einer weint. Ich habe gerade irgendeinem von euch den Arsch frei gehalten. Alter, ich tue gerade mit dem Einen da die ganze Slalom hier fliegen. Okay, Jungs, ich sehe euch. Komm schon, komm schon. Flugzeug zerstört. Hab er einen. Einer geht noch, einer geht noch. Kritische Schadtreffer, Abschlusshilfe. Willst du mich verarschen? Komm schon, komm schon. Alter, Malik und Niklas, die boxen sich aber. Niklas, schnappt euch den, schnappt euch, schnappt ihr den. Ich kriege den Schadtreffer. Ich bin auch hinten dran. Komm schon. Niklas, Achtung, neben dir. Scheiße, hört die sich an. Wow, das war nicht ich. Das war nicht ich. Aber ich habe es im Blickfeld gehabt, da sehr spektakulär. Ja, aus. Au. Komm schon, komm schon, komm schon. Also mein Flugzeug, ähm, ja. Oh. Jawoll. Jungs, ähm, ich sag jetzt einfach mal an, ich hole auf. Und ich räume ab. Den will ich. Abschlusshilfe. Scheiße, wer hat mir den geklaut? Na, ich war auch dran. Abschlusshilfe. Was kann denn die P400, Timo? Maschinenkanone, 6MGs. Die will ich nicht. Die P400 ist so ein widerliches Geschöpf. Mhm. Da kommt einer. Die ist ultra geil. Deswegen bin ich weggedreht, Lutz. Und den hole ich mir. Au, 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 au. Ich setze mich da mal hinter ein. Wow. Was ist denn mit den Bodenziele ein Fragezeichen? Alter, ich hole mir den. Komm her, du Sau. Hau raus, was du kannst. Welche Bodenziele? Alter, wie ich mir den hole. Ich drehe mal ab hier. Jawoll. Keine Panzerbrechner dabei. Abschlusshilfserie 4. Was ist das denn? Muss jetzt auf Jäger gehen. Leuchtspur dabei. Wo habe ich Leuchtspur dabei? Ich habe nicht was gefehlt. Wow. Ach du Scheiße. Der arme Penner. Der hat die Cannon frontal ins Gesicht bekommen. Der hat gedacht, der kann ein Flugzeugduell machen mit jemandem, der eine Cannon vorne dran hat. Wow. Abschlussserie 5. Pascal, du hast da einen Freund. Vergiss es. Egal, ich bin mir trotzdem. Feier. Alter. Boah, ist das heftig. Also ganz ehrlich, der Schlechter hat gerade 6 Hilfen gewacht und 3 Abschüsse. Dieses Ding ist einfach so böse. Sie sind gerade beide hinter mir oder was? Abschlusshilfeserie 6. Ich will ja nicht angeben, aber ich habe da ganz gut aufgeholt gerade. Guck mal, Tab. Ich auch. Der hat die P400. Auf den Harry. Die ist so ekelhaft. Ich hole mir Kiko. Von der EM kommt Chiko. Ja, den hole ich mir. Ich auch. Alles klar. Meine Herren sind 10 Sekunden nachgeladen. Okay, 4 Kilometer bis zu euch. Wenn ihr überlebt... Oh! Meine Fresse! Was macht ihr denn da? Niklas, heute mal wieder kuscheln! Der Mann ist liebesbedürftig. Ich sehe das schon. Der Baum da wurde gerade kuschelt. Sag doch echt, das macht ihr mit Absicht. Hört auf damit. Aus, Pfui! Das ist das Miner, der JB. Parabla. Ja, tu was du willst. Lutz, du hast da... Ne, hast du nicht. Alter, hinter euch ist einer. Malaki? Ja, den bist du gerade dran. Malaki. Malaki. Ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Der dreht... Ja, oder dreh mal ruhig eine Runde. Ich dreh gleich nach links ab. Alter, Ballatier oder wer Ball hat da? Niklas? Wuhu! Alter, wenn ich... Wenn ich mir den Flügel abkomme. Äh, ha! Ich bin dran, Alter, das ist ein Niveau. Lutz, geh nach links, ich... Abschlusshilfe, okay. Abschlusshilfe, wach. Wenden, wir schnappen uns den da, den Zero. Wendemanöver. Ähm, Pascal, du hast da einen am Arsch. Pass auf, warte, ich mach das, ich mach das. Dreh nach rechts ab, dreh nach rechts ab. Rechts, 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 rechts. Alter, das... Das Ding ist träger als ein Sack Milch. Warte, Scheiße! Wow, wow, wow! Was hat denn wir gesagt? Niklas, zieh nicht nach rechts, weh. Scheiße, Abschlussserie 9. Abschlussserie 9. Also, Hilfe. Ich will eine Viererspitze an dieser verdammten Mission. Schnapp dir den! Das läuft nicht. Schnapp dir den, Niklas. Jawohl! Abschlussserie 11. Crazy. Alter, ich freu mich hier voll. Also, nicht Abschluss, aber Abschlusshilfe. Abschlusshilfe 13 bei mir. Und ich hab 11. Aber Abschlusshilfe 2. Oh, ich knappe den Hurricane. Echt? Ey, welcher Schmock ist da hinten eigentlich wieder im Anflug auf unsere Bases? Die P40 oder P39? Die P39. Die P39. Aber da ist schon einer dran. Ja gut, dann drehen wir. Und der Bettvorleger gibt uns Schwung bis direkt vor's Klosett. Und wenn wir schon mal da sind, dann bleiben wir auch hier. Wo hast du denn das schon wieder ausgegraben? Das verrate ich dir. Ich hab mir Sprüche kommen aus meinem Kopf. Und der wollte gerade. Komm her. Das war Scott Pilgrim. Wo hast du denn den Spruch her? Aus meinem Kopf! Klick, 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 klick vier abschüsse sechs hilfen zwei bodenziele drei tode was haben wir denn hier auszeichnung die beste staffel sehr schön luft ziel abschluss abschluss serie hinterhaltsserie profi viele medaillen habe ich nur den gruppen retter zusammenarbeit x6 unterstützungsfeuer x4 mehrfach schlag wie wunderschön über 2000 konvertiert eigener platz im team 4 spieler statistik was haben wir was gab es jetzt noch nicht ich bin auf dem weg dahin 11 assists und wie krass ist der denn heavy shit und auch noch fünf bodenziele oder was ich bin kurz wieder weg ja leute wir machen auch episoden ende ihr könnt immer gerne liken abonnieren kommentieren und oder teilen schaltet den nächsten sonntag ein für die nächste runde war thunder wir sind raus für heute